Hallo, hallo liebe Raper DJ Fans, die mich kennen und nicht kennen. Ich habe gute Nachrichten auf die Schnelle und habe mich bemüht. Habe ich zwei Songalbum aufgenommen. Ist richtig gut gelungen, richtig gut gelungen. Und das könnt ihr ab Montag, also wahrscheinlich ab Montag schon kaufen. Überall, auch in Amazon, Spotify, wo immer ihr wollt. Überall auf der Welt, in allen Portalen. Oder auf YouTube anhören, vorhören und dann kaufen. Ist eine Kombination aus Harddance und Hardcore. Aber richtig geil, mit einer schönen Musik noch. Ja, also ich hoffe, es gefällt euch. Und bis bald. Ich versuche jetzt jeden Tag neue Songs zu machen. Denn es bringt mir natürlich auch Geld. Und ja, und deshalb, ja, und deshalb, hört euch das an. Ist ganz gut. Sind auch ein paar Urlaubsfotos dabei, wo ich da war, unterwegs. Und hört euch das an. Und viel Spaß. See you. Peace, Raver DJ. Und alles Gute euch an die neuen und alten Zuhörer. Danke, dass ihr mir treu bleibt. Bei den 60 Millionen Downloads und 500 Millionen Zuhörer. Sieht man zwar bei YouTube nicht, aber ich bin halt woanders. Und das sind sehr viele, sehr viele Zuhörer und Klicks. Okay, Normal Peace, Raver DJ.